Hi, ich bin der Kai und heute schauen wir uns mal dynamische Formulare in E-Plan an. Wie wir sie manuell platzieren können, wie wir sie überarbeiten, unser eigenes Formular kreieren und welche Besonderheiten es dabei gibt. Und außerdem, was wir tun müssen, wenn unser Formular auf einmal nur noch Mist anzeigt und so aussieht. Also, viel Spaß dabei. Bevor es aber losgeht, noch ein interessantes Stellenangebot. Und zwar von der WISU Projekt GmbH. Diese ist in dem Bereich Automatisierungstechnik und Elektrokonstruktion tätig. Du hast Lust auf eine neue Herausforderung als Elektrokonstrukteur oder Quereinsteiger? Dann bist du bei der WISU Projekt GmbH genau richtig. Wir bieten dir ein unbefristetes Arbeitsverhältnis, Weiterbildungsmöglichkeiten und Homeoffice an. Haben wir dein Interesse geweckt? Um zur Stellenausschreibung zu gelangen, scanne einfach den QR-Code. Der Geschäftsführer, Mike Kunzelmann, freut sich auf deine Bewerbung. Natürlich packe ich dir auch nochmal alle Informationen zu dieser Stelle unten in die Videobeschreibung. Und jetzt rein ins Video. Als erstes schauen wir uns mal an, wie wir überhaupt ein dynamisches Formular hier auf die Seite bekommen. Ich habe hier eine Klemmleiste abgesetzt und möchte jetzt hier neben den passenden Klemmplan dazu haben. Also gehen wir einmal auf Werkzeuge und dann auf Erzeugen. Und hier gehen wir auf den Reiter Auswertung, klicken auf Neu und wählen hier den Klemmplan an. Oder halt eben den Auswertungstyp, den du haben möchtest. Die Ausgabeform setze ich jetzt auf manuelle Platziere und da ich aktuell nur eine einzige Klemmleiste auf der Seite habe, kann ich direkt anwählen aktuelle Seite. Hast du mehr Klemmleisten und möchtest nur eine davon ausgeben oder zwei, dann kannst du auch manuelle Auswahl machen. Ich klicke jetzt hier OK und jetzt musst du natürlich hier unten das passende Formular eintragen. Denn ansonsten würde eplan das Formular auf die Seite platzieren, was in den Projekteinstellungen ist. Dann gehen wir hier einmal auf Durchsuchen. Und jetzt hast du natürlich keine Ahnung, welches dieser Formulare hier überhaupt ein dynamisches Formular ist. Denn da gibt es erstmal keinen Hinweis drauf. Wenn wir allerdings die Formulare hier anklicken, dann siehst du hier rechts eine Beschreibung. Sollte die bei dir nicht vorhanden sein, dann musst du eventuell mal, je nach Windows, hier oben das Ganze aktivieren. Und hier ist unter anderem Formularhandhabung eingetragen. Da steht dynamisches Formular. Bei dem 001er steht zum Beispiel statisches Formular. Also können wir dieses jetzt auswählen. Sagen OK und jetzt hängt das Ganze auch schon am Cursor und wir können das auf der Seite irgendwo platzieren. Im nächsten Step möchten wir jetzt dieses Formular mal für unsere Anforderungen anpassen. Denn beim dynamischen Formular gibt es einige Dinge zu beachten. Um in den Formular-Editor zu kommen, gehen wir einmal auf Stammdaten, Formular und dann wie immer in Eplan kopieren wir ein bestehendes Formular. Falls du dich übrigens noch tiefer mit Formularen beschäftigen möchtest, habe ich dazu eine eigene Playlist gemacht. Die verlinke ich dir mal unten in der Videobeschreibung. So, jetzt kopieren wir uns mal das 002 und geben dem Ganzen einen eigenen Namen und speichern es ab. Und jetzt öffnet sich automatisch hier neben im Seitennavigator unser Formular-Editor und du siehst hier jetzt das dynamische Formular. Und hier sind ein paar Dinge anders als bei einem klassischen statischen Formular. Zum einen hast du hier einmal einen Kopfbereich, einen Datenbereich und einen Datenbereichsabschluss. Der Kopfbereich markiert auch gleichzeitig immer den Anfang der Auswertung. Im Datenbereich hast du dann die Daten, die du auswerten möchtest. Und dann hast du noch den Datenbereichsabschluss. Also wenn der Datenbereich zu Ende ist. Welche Auswirkungen das Ganze hat, schauen wir uns gleich mal an. Im Kopfbereich befinden sich jetzt hier ganz normale Texte. Funktionstext, das ist ein ganz normaler Text. Möchtest du hier irgendwelche Texte hinzufügen, gehst du einfach über Einfügen, Text und schreibst das Ganze hier rein. Hier unten gibt es allerdings auch noch einen Platzhalter-Text. Nämlich von der Klemmleiste das BMK vollständig. Wenn wir mal da drauf gehen, kannst du hier natürlich auch eine andere Eigenschaft auswählen. Möchtest du noch weitere Felder hinzufügen, dann musst du einmal hier bei Formulare auf den Dropdown-Button gehen und hier Platzhalter-Text auswählen. Und dann kannst du dir hier eine Eigenschaft aussuchen, die du in dem Formular verwenden möchtest. Das funktioniert natürlich genauso auch bei allen anderen Formularen. Im Datenbereich haben wir dann ziemlich viele dieser Platzhalter-Texte. Denn hier oben, das bildet ja quasi die Überschrift für den Datenbereich darunter. Wie du hier auch im Pop-up-Menü sehen kannst, Platzhalter-Text, Ziel extern. Alles das sind Platzhalter-Texte. Möchtest du übrigens alle Platzhalter-Texte im Datenbereich bearbeiten, dann kannst du einfach hier einen Doppelklick drauf machen. Und schon siehst du hier alle Platzhalter-Texte, die in diesem Bereich liegen. Den Datenbereichsabschluss, den verschiebe ich jetzt mal ein bisschen. Denn hier hat Eplan zum Beispiel eine schwarze Linie eingezeichnet. Wir schauen uns gleich mal an, warum diese gar nicht angezeigt wird. Ich mache das nochmal rückgängig. Weitere Einstellungen zum dynamischen Formular findest du, wenn du das Ganze im Seitennavigator markierst und auf Eigenschaften gehst. Hier kannst du dir dann über das Plus zum Beispiel weitere Eigenschaften hinzufügen. Was bei dem dynamischen Formular auch wichtig ist, ist natürlich die Formularhandhabung, die du hier nochmal einstellst, dass das Ganze ein dynamisches Formular ist. Außerdem gibst du hier oben die Spaltenzahl an, also wie viele Spalten nebeneinander ausgewertet werden sollen. Das hier sind jetzt 2 und die Zeilenanzahl, 26. Die Zeilenanzahl zusammen mit der Zeilenhöhe, was hier 8 mm pro Zeile sind, ergeben dann auch die maximale Größe des Formulars. Hier solltest du also mal kurz im Kopf zusammenrechnen, ob das Ganze dann überhaupt auf deine Seite passt, wenn du hier oben die Zeilenanzahl erhöhst oder die Zeilenhöhe größer machst. Die Beschreibung, die wir eben in Windows gesehen haben, ist übrigens das hier. Das ist die Beschreibung, die du dann bei der Auswahl des Formulars siehst. Weitere Eigenschaften gehen wir gleich nochmal drauf ein. Vielleicht möchtest du jetzt optisch den Datenbereich ein bisschen vom Kopfbereich absetzen. Und da kommen wir jetzt auch zu einer kleinen Besonderheit. Wir markieren mal den ganzen Datenbereich und verschieben das Ganze mal ein bisschen nach unten. Den Kopfbereich haben wir jetzt nicht angetastet und sagen jetzt mal, wir möchten hier so eine Lücke haben. Wenn wir jetzt das Formular schließen und hier dann nochmal neu absetzen, das müssen wir jetzt noch einmal neu absetzen, da wir ein neues Formular gemacht haben, dann siehst du, dass das Ganze überhaupt nicht funktioniert hat. Der Datenbereich wird immer an den Kopfbereich angedockt. Wir gehen nochmal schnell in das Formular. Möchtest du jetzt hier eine Lücke zwischen haben, zwischen Kopfbereich und Datenbereich, musst du tatsächlich den Kopfbereich ein bisschen größer machen. Ansonsten dockt eplan den Datenbereich immer direkt an den Kopfbereich an. Wenn wir jetzt das Ganze nochmal schließen und die Auswertung, jetzt können wir sie einfach aktualisieren, dann siehst du jetzt, dass der Datenbereich mit einer kleinen Lücke zum Kopfbereich entstanden ist. Und die schwarze Linie beim Datenabschluss wird hier nicht angezeigt. Und das hat genau den gleichen Grund. Gehen wir wieder ins Formular ein. Und ziehen uns jetzt auch hier den Datenbereichsabschluss ein bisschen größer. Falls du diese Linie optisch haben möchtest, platzierst du die jetzt einfach in der Mitte. Und wenn wir jetzt das Formular aktualisieren, haben wir hier unten auch diese Linie. Neben dem Kopfbereich, Datenbereich und Datenabschluss kannst du übrigens noch weitere Sachen hinzufügen. Zum Beispiel könntest du auch einen Fußbereich einfügen. Hier könntest du jetzt zum Beispiel irgendetwas reinschreiben. Vielleicht möchtest du hier den Projektnamen eintragen. Dann sieht das Ganze wie folgt aus. So, und was wir jetzt mal machen ist, wir gehen mal in den Klemmennavigator und fügen hier einfach mal neue Klemmen hinzu. Wir nehmen hier mal die XTV6 von Phoenix und sagen OK. So, jetzt haben wir uns im Klemmennavigator die Klemmen drin und aktualisieren nochmal unser dynamisches Formular. Und jetzt siehst du, dass automatisch eine zweite Spalte angelegt wurde. Ich verschiebe das Ganze jetzt nochmal ein bisschen. Und was du ebenso siehst, ist, dass hier unten der Datenbereichsabschluss nur unter der letzten Spalte ist und auch unser Fußfeld nur unter der letzten Spalte angezeigt wird. Vielleicht möchtest du jetzt aber auch zum Beispiel die Informationen aus der ersten Spalte auch über der zweiten Spalte haben. Dazu müssen wir im Formular natürlich wieder den passenden Haken setzen. Dazu gehen wir in die Eigenschaften. Und hier gibt es dann die Eigenschaft Kopfbereich bei neuer Spalte wiederholen. Wenn du die nicht haben solltest, musst du die Idee hier einmal über neu hinzufügen. Und jetzt siehst du, dass du den Kopfbereich ebenso über der zweiten Spalte hast. Schreck, was ist jetzt passiert mit meinem Formular? Hier fehlen doch einige Angaben. Auch das kann mal passieren bei dynamischen Formularen, denn dort gibt es eine Besonderheit. Wenn wir hier ins Formular reingehen und ich hatte ja schon gezeigt, mit Doppelklick kannst du sehen, welche Platzhaltertexte deinem dynamischen Bereich zugeordnet sind. Wenn du jetzt zum Beispiel über Einfügen einen Platzhaltertext außerhalb deines Datenbereichs hinzufügst, nehmen wir zum Beispiel an, wir wollen vom Klemmenartikel den Hyperlink haben. Und setzen den jetzt irgendwo außerhalb ab. Dann können wir, wenn wir den Klemmenartikel markieren und dann den Datenbereich rechte Maustaste markieren, Objekt dem Bereich zuordnen klicken. Und jetzt ist der Klemmenartikel dem Bereich zugeordnet. Allerdings fehlt alles andere. Ich lösche das jetzt mal wieder raus und mache jetzt hier rechte Maustaste, manuelle Zuordnung verwerfen. Wenn wir uns jetzt das Ganze wieder anschauen, haben wir wieder alles, was in dem Bereich markiert ist, automatisch dort drin. Wenn ich jetzt mein Formular wieder schließe und die Stammdaten einmal aktualisiere, dann sieht mein Formular auch wieder ordentlich aus. Nutzt du dynamische Formulare? Wenn ja, für was? Schreib es gerne unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich wie immer, wenn du mir einen Daumen nach oben dalässt, den Kanal abonnierst, die Glocke aktivierst und ich empfehle dir auch noch, dieses Video zu schauen. Tschüss, mach's gut, bis zum nächsten Video.